Hallöchen Leute! Herzlich Willkommen wieder bei NEXTE EPIC SODEFON BATERIN 2! Ja, ich bin wieder da Leute! Am Samstag, Entschuldigung. Der nervt. So, wir machen jetzt die Schlimmste, der beschützende und wirklich heiß am meisten Mission aufzeigt. Ich kann einen Trick machen, das ist mit dem Briefkasten, genau. Das muss man für diesen bisschen, ich vorbereite mich meistens, wenn ihr es auf zeigt, weil ich habe es schon gemacht, Gott sei Dank. Wie oft habe ich das Spiel schon durch? Ich glaube so drei, vier Mal? Mal, aber da oben war ich noch nie. Oh, wie süß. Äh, also mal. Loll, ist der riesig. Aber schallgesehen nicht. Ich hoffe, der wäre jetzt schlimmer. So. Das tut mir aber nicht leid. Mein Gott. Du! Pisa! Ich gehe nicht. Oh mein Gott. Komm! Danke! Oh, ich muss mich... ... grad... Yeeeey! Oh, nein! Fick dich! Fick dich! Wo? Danke! Aber, das hilft mir... ... kann... nix... Oh, Gott sei Dank ist der dort! Den hasse ich am meisten! Der auch! Der auch! Drascha hasse am meisten! Die sind so übertrieben scheiße! So, Leute! Entschuldigung! Oh, nein! Oh, nein! Oh, nein! Oh, nein! LOL! Der ist tot! Wo ist noch einer? Oh, nein! Oh! Oh! Irgendwie überlebt habe ich das! Und meine Box! Das wird ziemlich knapp, muss ich sagen! Wir werden ihn nicht aktivieren, sonst wird es schnell verreckt! So! Also, das haben wir jetzt erst gemacht! Oh! Haben wir noch ein bisschen hier! Dann machen wir gleich das! Jetzt laufe ich kurz! Und wir sehen uns gleich! So, Leute! Ich bin schon in Overlook! Und hier ist der Briefkasten! Da geht's noch um... Direkt zeige ich euch! Ihr drückt auf den! Nicht respawn, also kommt es jetzt! Nur sofort auf Teleport! Dann spart ihr einen Weg! Wir hatten hier einen Verbrauch von 50 Sekunden! Ok 20 sagen wir so, ich muss schnell hoch, ansonsten wird es über fast eine Minute verbraucht, bis ich 4,30 Sekunden sage so, lol was? Ja ich habe aufgemacht, aber nicht genau, das wäre toll, das wäre sehr schlau. Ich weiß nicht, was es ist, aber ja gut, wenn du es so sagst. Ah ja, ich vergiss immer das Steuerung. Komm, komm, komm. Du hast fast alle beisammen, Beeilung. Ich beeile mich, wie ich kann. Wo ist noch? Ach du Scheiße. Komm, komm, komm. Ja, fick dich. Ich schaffe das nicht, ich glaube ich schaffe es nicht mehr. Ja, fick dich ganz ehrlich. Ach komm, ich glaube so. Was? So, was ist das wie Bugs? Komm. Lol. Hab ich. Das war flott. Leg die Dinger in mein Schließfach, dann werden wir sehen, ob dieser arme Gerdon-Kram tatsächlich so gut ist. Alter, wo? Oh, shit. Gibt es irgendwo eine? Oh nein. Oh nein. Hoffentlich nicht. Der ist auch Tag. Geht das auch so sauber nicht. Aber ich weiß nicht, ob ich das rechtzeitig schaffe. Oh, komm schon. Oh, ich schaffe es nicht, ich schaffe es nicht. Noch 7 Sekunden. 4 3 Fuck! Nein! Ich habe gerade hochbrisante Ware bei Warnels Arm Gerdon bestellt. Schließlich ist die Konkurrenz mörderisch. So Leute, da muss ich nochmal wiederholen. Ich hatte ja gesehen, ich war vor kurz nur Knopf drucken. Nein, ich muss es auch machen. Oh, Leute. Ich wiederhole das ohne euch nochmal. Ich hoffe. Einen Antwort habe ich Fehler gemacht und dann habe ich da Fehler gemacht. Ah ja. Läublinge. So. Wir sehen uns gleich. So Leute, jetzt bin ich wieder da. Neu Versuch, neu Glück. Versuchen wir nochmal. Teleport. Oh. Ah ja. Jetzt haben wir ein bisschen mehr Zeit als vorher. Ja. Ja. Jetzt sollen wir es schaffen schon. Was war das? Ja. Was war das? Ja. Ja ja. Ich beeile mich wie ich kann. Ja. Ja, ich beeile mich. Einer hat mich verfolgt. Scheiße. Scheiße. Ey. Ah ja, geil. Haben noch zwei Minuten. Ein. Gott. So. Ich glaube, diesmal schaut man ja locker. Zinein ist besser gelaufen. Ja, zwei Minuten erreichen wir uns locker. Juhu. Jawohl. Geschafft. So. Jetzt haben wir geschafft. Abendlich. Vorher war nur eine Sekunde oder zwei. So. Und das haben wir erfüllt. Damit man lachen muss. Komm jetzt nicht drauf. Aber ich werde bestimmt lachen. Bei dem Geld, das ich damit verdiene. Toll. Für dich. So. Haben wir. Warte, was ich sehe, hier ist noch eine Mission. Also hier. Okay. Okay. Pyrion möchte daran erinnern, dass alles noch viel schlimmer sein könnte. Also Leute, ich würde sagen, das war diese Folge. Und wir sehen uns nächstes Mal. Ciao.